Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen ändert sich an der derzeitigen Wetterlage kaum etwas. Es wird wie heute grau und trübe. Das Quecksilber erreicht Werte um die 6 Grad. Am Donnerstag blinzelt dann ab und an mal die Sonne hinter den dicken Wolken hervor. Bei Werten um 5 Grad bleibt es aber grundlegend ungemütlich. Am Freitag und am Samstag dann ein ähnliches Bild. Stark bewölkt und Werte um den Gefrierpunkt, das sind die Aussichten.